Wir kriegen mit... Oh, hallo. Ups, da hat grad mal kurz Fraps abgekackt. Ups. Du kleine Arschratte. Oh, bitteschön. So, und das Mammut lasse ich jetzt echt mal links liegen. Achtmal Fleisch. Jo, das wird relativ schnell wieder voll mit Fleisch. Rotschi ist auch wieder da. Schon gewundert, wo der ist. Also mit dem Mammut lege ich mich noch nicht an. Ich glaube, dafür sind wir echt noch eine Ticke zu schwach. Das geht gar nicht klar. Aber egal. Davon kann man immer genug haben hier. Vom Nordschwarzstein. Zack. Sieht aus wie so ein... Oh, Blut von Oros. Sieht aus wie so ein... Ohne Scheiße. Sieht aus wie... Nordceda. Ähm, das sah aus wie... Lasst mich jetzt nicht lügen. Wer seid ihr denn? Wer sind das denn? Ganz ehrlich. Okay, wisst ihr, wer das war? Hm. Blau? Es sind nicht U-Dums. Also davon mal ab. So, jetzt nehmen wir alles wieder mit. Alles, was wir davon gebrauchen können, nehmen wir natürlich mit. Hartholz. So, ich will jetzt erstmal den Außenposten haben. Ich glaube, dafür muss ich wieder in die Höhle. Töte alle Gegner und entzünde das Leuchtfeuer. Oh, fuck. Komm her, du Arschloch. Wenn ja Rettung. Okay, machen wir das zuerst. Na toll. Na toll. Oh. Oh. Okay, erstmal Außenposten. Moment, ihr schafft den. Okay. So, wo haben wir den Außenposten? Der ist schwer zu finden. Äh, dieses Leuchtfeuer. Nehmt das Gefühl da oben. Wir klettern einfach mal hoch. Waren wir aber erstmal hier. Oben lag ich gar nicht so falsch. Oh, glaub ich hab mein Hund mitgehauen. Ach, ich musste erstmal anzünden. So, haben wir das auch geschafft. So, haben wir schon fast die Hälfte. Also bald. Fünf von sechzehn. Und es gibt einen schönen Schnellpunkt. Das ist ja noch viel geiler. Und jetzt gehen wir hier den Stammeskonflikt lösen. 93 Bevölkerung. Mal gucken, ob wir heute noch die 100 vollkriegen. So, hallo. Dieses Gebiet wird von einem Feind nicht stammkontrolliert. Findet ihr Lager und brennt es vollständig nieder. Immer her damit. Dann kommt mal her. Erreiche das Lager. Kein Problem. Todbaumlager. Oh, fuck. Ich muss hier weg. Oh, fuck. Fuck, das sind aber noch viele. Der ist geflogen. Alles niederbrennen. Oh, hier ist noch eine Deiche Hand. Die werde ich mir auch gleich krallen. Oh, ist der geflogen? Der auch. Autsch. Fuck. Außer der Letzte. Der muss natürlich wieder so. Scheiße hart sein. Ey, dann sag mal, warum bist du tot? Ich muss erst mal wegheilen. Oh, Alter. Mit einem Schrank haut der Fass in Rotschi weg. Oh, endlich habe ich mal wieder getroffen. So, weiter fackeln. So, weiter fackeln. Oh, ein bisschen Fleisch kann man immer gebrauchen. Also, das, wenn ich... Er muss noch mehr user da kommen. what ist das? Oh, Alter. Oh, Papier. Oh, man. Oh, das ist das. Oh,animal muss das hier. Oh. Oh,dern. wir haben es gleich wir haben alles mit, was wir kriegen können das ist noch irgendwo eins ah ja, ja, Feuer wird gelöscht ja, ist er jetzt tot? so, haben wir das auch gemacht jetzt will ich aber diese Daisha-Hand noch finden nicht irgendwo eine Daisha-Hand so, musst du mal kurz für kleine Mädchen ich will die Daisha-Hand haben da oben ist sie, ich sehe sie leuchten oh, die ging aber schnell kaputt so, da haben wir sie doch wir haben sie gefunden, die Daisha-Hand jawohl 15 Stück mal wieder eine der Fähigkeiten dazubekommen ich würde sagen ja, wir nähern uns jetzt langsam dem hier wollen wir aber noch nicht wir gehen jetzt hier hin schon wieder ein stammes Konflikt wenn ihr helfen, Befreiung töte die Eindringe und rette die Gefangenen wenn ihr, bleib unentdeckt sonst werden die Gefangenen hingerichtet jetzt langsam wird's wir nehmen jetzt erstmal den Außenposten hier ein genau, wir wollten die ganzen Außenposten haben was ist das für ein Vieh ich treffe die ganze Zeit immer das Problem, dass ich mit dieser Keule wer die kokelt hallo so die Welt ist weg oh, das war ein Weißwolf oh, das soll mir ja nur recht sein das soll mir ja nur recht sein so so der nächste erstmal nehmen wir den Ziel so dann nehmen wir den Wolf mit dann haben wir aber ordentlich Weißwollfell gefunden ach, halt die Klappe so, Dukri ist da lang ich geh hier hin eben das Svenja-Ding hier machen so, haben wir das auch geschafft von den Mammuts habe ich echt Heidenrespekt oh, die wollen's nur da wissen na, dann kommt er ja, ich treff den immer so ah, hier ist wieder ein geheimer Ort ein unentdeckter gehörnter Teich man hat hat man so da wollen wir hin ups, falscher Knopf hehehe hehehe